Potenzial ist für mich immer das, was noch mehr ist als das, was man schon kann und schon weiß. Also das über einen hinausgehende. Das, was in jedem von uns steckt und eigentlich entdeckt werden will. Wenn du mit dir selbst glücklich bist und wenn du dadurch dann möglichst viele Menschen rundherum auch glücklich machen kannst. Man darf es nicht aufnutzen gegen den anderen, aber im Sinne von sich selbst. Potenziale sind für mich einfach der Topf aus Möglichkeiten, die jeder Mensch hat. Es hilft nichts, wenn du irgendwas anderes machst, wo du nicht das Potenzial hast. Ist nicht gut, weil jeder hat gewisse Vorzüge und das will man einfach mehr eigentlich steigern. Dazu braucht es oft Unterstützung in der Familie durch die Bildungseinrichtungen. Aber das verstehe ich unter Potenzial, eigene Fähigkeiten nutzbar zu machen.